Musik Mein Name ist Jean-Luc Thouly. Ich war 30 Jahre lang Verwaltungsdirektor bei Veolia, der Nummer 1 auf dem Wassermarkt. Ich war für die Verträge mit dem Süden von Paris verantwortlich. Diese Arbeit hat mir gezeigt, wie ein Unternehmen auf Expansionskurs aus Wasserverbrauchern Milchkühe macht. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Veolia hat mir eine Million Euro geboten, um einen Prozess zu verhindern, der das Buch erst recht bekannt gemacht hätte. Natürlich habe ich abgelehnt und wurde daraufhin umgehend entlassen. Anschließend hat man mich mit Prozessen bombardiert. Ich habe sie alle gewonnen. Musik Musik Wir sind am Ufer des Süden von Paris. Die Global Player des privaten Weltwassermarktes Veolia und Suez kommen aus Frankreich. Hier verwalten sie 80 Prozent der Wasserversorgung. Beide Konzerne bestreiten, dass das eine Privatisierung sei. Sie machen Public-Private Partnership. Im Gegensatz zur herkömmlichen Privatisierung bleiben beim PPP-Modell die Anlagen im Eigentum der Gemeinde. Aber die Konzerne bewirtschaften sie. Seit Privatisierung weithin auf Skepsis stößt, entwickelt sich das sogenannte französische Modell der PPP weltweit zum Renner. Musik Aber nirgendwo gibt es so viel Erfahrung mit Veolia, Suez und diesem PPP-Modell wie in Frankreich. Als leitender Angestellter bei Veolia wurde mir über die Jahrzehnte klar, was für ein Betrug das System des Public-Private Partnership ist. Besonders im Abrechnungs- und Finanzsektor. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Wasserpreis. Alleine in den letzten zehn Jahren ist der Wasserpreis in Paris um mehr als 103 Prozent gestiegen. Und dank des dadurch angehäuften Geldes gelang es diesen Firmen, sich nach und nach auszubreiten. Den Anfang machte das Wasser. Dann kam das Abwasser hinzu. Dann Abfallentsorgung, Transport, Heizung. Ende der 80er Jahre haben sie sich im Fernsehen, Zeitungen, Musik, Schulspeisung, Krankenhäuser eingekauft. Verbraucher, die in einer von Veolia oder Suez verwalteten Stadt leben, haben mehrmals am Tag mit ihnen zu tun. Musik Musik Ile de France. Die 144 Gemeinden rund um Paris sind in einem kommunalen Wasserverband zusammengeschlossen. Seit über 60 Jahren werden die fünf Millionen Wasserkunden von Veolia versorgt. Der Preis ist hier noch wesentlich höher als in Paris selbst. Ende 2009 entscheiden die Vertreter der Gemeinden, ob sie bei einem privaten Betreiber bleiben oder das Wasser zurück in öffentliche Hand nehmen. Knapp die Hälfte der Kommunen sind entschieden für eine öffentliche Verwaltung. Wie auch Jean-Luc Tulli. Doch ausgerechnet die Gewerkschafter halten an Veolia fest. Hey, attends! Kennen Sie Jean-Luc Tulli? Ja, wir kennen Jean-Luc Tulli. Wir kennen ihn sehr gut. Er war im Unternehmen. Jean-Luc Tulli verteidigt in diesem Fall aber nicht die Interessen der Arbeitnehmer. Ich war eine Zeit lang die Nummer zwei in der Gewerkschaft CGT bei Vivendi Veolia O. Damals bot mir das Unternehmen eine Prämie, die mein Einkommen verdoppelt hätte. Es gab viele, die das angenommen haben, ich nicht. Zum Beispiel ein Gewerkschafter mit 20 Dienstjahren, die um die 40 ist, erhält so anstatt 30.000 Euro 60.000 Euro. Sehen Sie? Er verdoppelt sein Einkommen. Für einen Einzelnen ist das viel, aber für eine Firma wie Veolia mit ihren riesigen Gewinnen bedeutet das gar nichts. So erkofft man sich billig den sozialen Frieden. Doch nicht nur Gewerkschafter halten an Veolia fest. Sind Sie Tulli? Ah, ich kenne Ihre Akte. Dieser Herr kennt nicht zufällig die internen Akten von Veolia. André Santini ist zwar der Präsident des kommunalen Wasserverbandes. Und als solcher müsste er Veolia beauftragen und kontrollieren. Denn der Verband ist ja der... Patron und die öffentlich gewählten Vertreter sind die Eigentümer aller Werke, aller Kanalisationen, aller Einrichtungen. Sogar die Bleistifte gehören dazu. Und das Unternehmen, der heutige Betreiber, führt nur das aus, was man von ihm verlangt. Ja, so sollte es sein. Herr Santini ist aber gleichzeitig auch noch Vorsitzender des Wassereinzugsgebietes Saint-Normandie, welches billige Kredite unter anderem an Veolia vergibt. Sein Stellvertreter ist gar Mitglied des Vorstandes von Veolia. So verwechselt Herr Santini schon mal, wen er gerade vertritt. Noch vor wenigen Monaten hat Herr Santini als Präsident des öffentlichen Wasserverbandes einen Brief an die Bürgermeister der Städte des Verbandes verschickt. Mit dem Briefkopf von Veolia. So stecken die miteinander unter einer Decke. Stellen Sie sich vor, der Verteidigungsminister würde einen Brief mit dem Briefkopf einer Rüstungsfirma verschicken. Auch viele dieser Gemeindedelegierten verbinden vor allem wirtschaftliche Interesse mit Veolia. In geheimer Abstimmung entscheidet sich eine Mehrheit für die Fortsetzung des Vertrages. Dem Veolia nach einer Ausschreibung gewinnt. Die Delegierten hätten sich in einer öffentlichen Abstimmung zu ihrer Position bekennen müssen. Hier ist aber sehr viel Geld im Spiel. Es handelt sich um einen Betreibervertrag über 300 Millionen jährlich. Veolia macht bis zu 70 Millionen Gewinn im Jahr. Da gab es sicher einen sehr großen Druck. Es ist eine gute Sache, die Volksvertreter mit der Intelligenz, der Kompetenz und der Erfahrung der Privatfirmen zu verbinden. Das ist eine sehr gute Formel. Und diese Abstimmung hat uns darin bestätigt. Meine Damen, danke. Danke. Grenoble, eine Stadt am Rande der französischen Alpen. Hier hat einst der andere Global Player, Suez Lyonnaise de Sceau, gezeigt, wie sich die Kompetenz und die Erfahrung einer Privatfirma mit den Interessen des Bürgermeisters verbinden. Das ist der Ort, an dem Suez den Bürgermeister bestochen hat und an dem die Entscheidung gefällt wurde, die Wasserversorgung in Grenoble zu privatisieren. Und hier wurde der korrupte Bürgermeister aufgrund der Privatisierung des Wassers zugunsten der Lyonnaise de Sceau verurteilt. Die zwei Millionen Euro Bestechungsgeld bekam er in Form von Reisen, Kreuzfahrten, Wohnungen oder der Finanzierung seiner Wahlkampagne. Die drei Hauptverantwortlichen von Suez sind wegen Korruption verurteilt worden. Aber die moralische Person, das Unternehmen selbst, ist nicht verurteilt worden. Damals war der verantwortliche Generaldirektor Jérôme Monod, der dann erste Berater des Präsidenten der Französischen Republik, Jacques Chirac, wurde. Der Bürgermeister hieß Alain Carignan. Er wurde zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Als wir das Buch schrieben, war er noch Kommunikationsminister. Das machte unsere Arbeit schwierig. Als wir es veröffentlichten, war er schon im Gefängnis. Während der ganzen Zeit blieb er an Sarkozy's Nähe. Im Wahlkampf zeigte er sich auf Fotos neben Herrn Sarkozy. Das sieht man auch auf dieser Montage hier. Gemeinsam ist alles möglich. Und er ist auch weiterhin ein enger Freund der höchsten Personen im französischen Staat. Wir nennen es die Lektion von Grenoble. Zehn Jahre lang hatten wir die private Wasserversorgung. Jetzt ist sie schon wieder seit zehn Jahren öffentlich. Wir können also vergleichen. Was ist zur Zeit der Privatisierung passiert? Die Lyonnaise de Sceau hat das gesamte Wissen im Beschlag genommen. Sie hat ihren Stempel sogar auf alle Karten der Leitungsnetze gedrückt. Hat sich das ganze Wissen, das ganze Erbe angeeignet. Es gab zu dieser Zeit niemanden mehr auf der Ebene des öffentlichen Dienstes, der sich auskannte und sie kontrollieren konnte. Der Konzern hat den Wasserpreis angehoben und die Wartung und Erneuerung des Netzes. Der Wasserpreis hat den Wasserpreis reduziert, um höhere Gewinne zu erzielen. Das ist der Wasserpreis, als privatisiert wurde. Privatisierung an Suez, der Preis steigt. Wir nehmen es wieder in die Hand und hier sehen wir, wie sich der Preis entwickelt hat. Gleichzeitig haben wir die Wartungsarbeiten verdreifacht. Die Erneuerungen der Kanalnetze und Installationen. Wir haben aufgrund eigener Berechnungen den Wasserpreis in ca. 20 französischen Städten ermittelt. Es gab Städte, in denen die Preise korrekt waren. Hauptsächlich die in öffentlicher Hand, wie Chambéry, Grenoble oder Clermont-Ferrand. Wir fanden aber auch Städte, in denen die Preise doppelt so hoch waren, wie in der Ile-de-France, Marseille, Montpellier oder Reims. Dort könnte man die Wasserpreise um 30 bis 40 Prozent senken. Bordeaux. Der Betreiber der Wasserversorgung in Bordeaux ist Suez. Warum auch hier ein so hoher Preis? Bei der Untersuchung dieser Frage kam ein hartnäckiger Wirtschaftsprüfer zu erstaunlichen Erkenntnissen. Kaum drei Jahre nach Vertragsabschluss waren die Preise schon nur mehr als 30 Prozent gestiegen, während man uns lediglich 15 Prozent angegeben hatte. Also haben wir uns bei der städtischen Kommune von Bordeaux kundig gemacht. Wir waren einen Tag lang dort, haben zu zweit einen ganzen Berg von Dokumenten durchgesehen und sind mit 700 Fotokopien weggegangen. Nach sechs Monaten Arbeit ist es uns gelungen, die Dokumente zu entschlüsseln. Ein Beispiel. Lyonnais Deso sagte uns, ein Zähler für Privatkunden mit einem Durchmesser von 15 Zentimetern habe eine Lebensdauer von zwölf Jahren. Nach ihren Kalkulationen wird der Zähler also mit einer Lebensdauer von zwölf Jahren berechnen. Aber nach einer technischen und finanziellen Kontrolle haben wir festgestellt, dass dieser Zähler in Wirklichkeit eine durchschnittliche Lebensdauer von 23,8 Jahren hat. In Wirklichkeit berechnen sie uns also zwei Zähler, während sie nur die Kosten für einen tragen. Ein anderes Beispiel. Lyonnais Deso sagte Folgendes. Es wird demnächst eine EU-Auflage für Bleianschlüsse kommen. Um dem gerecht zu werden, haben wir den Austauschrhythmus für die Anschlüsse seit dem letzten Jahr auf 6.000 angehoben. Das hatten sie 1995 erklärt. Wir haben uns alle ihre Jahresberichte von 1995 bis 2006 vorgenommen. Und tatsächlich waren es keine 6.000 pro Jahr, sondern durchschnittlich nur ein Viertel. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch viele, viele andere solcher kleiner Maßnahmen, die aber aneinandergereiht Hunderte von Millionen ausmachen. Nach dieser Logik verfahren sie in Bordeaux, Grenoble, Paris und allen anderen Städten auch. Diese Finanztechnik ist überall dieselbe. Der Gemeindeverband Bordeaux bestätigte 2005 in eigenen Untersuchungen die Recherchen des Wirtschaftsprüfers. Suez gab aber die Unterlagen für die Ermittlungen der Gemeinde erst nach einer gerichtlichen Zwangsanordnung heraus. Kein Wunder. Die Untersuchung kam zu der Feststellung, dass der Konzern entgegen allen eigenen Angaben in Bordeaux eine jährliche Rendite von 29 Prozent einfährt. Mit diesen Vorwürfen konfrontiert entgegnet Suez. Ich denke, dass man diese Dinge ganz besonders genau betrachten muss, weil man sich gerne schnell auf Spektakuläres stürzt und bezüglich privater Firmen in Fantasien verliert. Schauen wir uns doch genau an, was wir in Bordeaux gemacht haben. Wir haben gespart. Mehr als im Vertrag vorgesehen war. Und warum konnten wir sparen? Weil wir die Dinge aus nächster Nähe gemanagt haben. Eben dadurch wurden diese Einsparungen erzielt. Und da haben wir das Eingesparte mit der Gemeinde geteilt. Das sind Millionen und Abermillionen, die nur dem Profit der Privaten dienen. Klar, das ist normal. Private Unternehmen wollen Geld machen. Aber hier sprechen wir von Einkünften, die unvertretbar und ungerechtfertigt sind. 2006 zwingt der Gemeindeverband Suez zu einem Vertragsnachtrag. Der Konzern muss 233 Millionen Euro an die Gemeinde zurückerstatten, die er durch seine Finanztricks ungerechtfertigt eingenommen hatte. Am Ende des Vertrages ist eines klar. Man muss zurück zur öffentlichen Verwaltung. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Ein anderes, üblicherweise genutztes Instrument der Finanztechnik ist das sogenannte Eintrittsgeld. Die Wasserkonzerne zahlen eine hohe Summe an die Kommune, um die Konzession für die Wasserversorgung zu erhalten. Dieses Geld gilt als Kaufsumme oder als Geschenk an die Kommune. In Wirklichkeit ist es meistens nur ein Kredit, den die Wasserkunden mit ihren Rechnungen, mit Zins- und Zinseszins sogar mehrfach zurückzahlen müssen. So auch in Toulouse. Glücklicherweise sind wir zufällig auf dieses Dokument in der Verwaltung gestoßen. Es gibt detailliert Auskunft über die Rückzahlungsraten des Eintrittsgeldes. 437.500 Millionen Francs werden in zwei Raten von Veolia an die Stadt bezahlt. Dann folgt die Aufzählung der Monatsraten und vor allem die der Zinsen, die bei Rückzahlung des Kredits fällig werden. Das ist der Beweis dafür, dass es kein Geschenk war, sondern ein versteckter Kredit. Das juristische Audit in Toulouse bestätigt das. Voilà. 2008 beruft die Stadt Toulouse ein sogenanntes Audit, einen Untersuchungsausschuss ein, der unter anderem die Finanzberichte von Veolia überprüfen kann. Dafür hat sie den Wirtschaftsprüfer Patrick Dufault de Lamotte als Spezialisten engagiert. Wir sind heute hier zur letzten Runde des Audits der Stadt Toulouse. Ein Hauptpunkt ist, dass die Stadt ein sehr hohes Eintrittsgeld bekommen hatte, nämlich 435,5 Millionen Francs, das schwer auf den Verbrauchern lastet. Denn sie sind es, die diese Summe über den Wasserpreis zurückzahlen müssen. Mittlerweile zeigt das Audit, dass die ganze Redekunst des Gemeinderats eine Lüge war. Dass das Eintrittsgeld in der Tat durch den Wasserpreis bezahlt wird. Und es wurde bereits zwischen zweieinhalb und dreimal von den Toulousern bezahlt. Für uns ist das ein wesentlicher Grund für die Rückkehr, also vielleicht sicherlich die Rückkehr zur kommunalen Verwaltung. Wir richten unsere Kritik gegen die Logik der Privatisierung des Wassers. Das haben wir Veolia auch zu Beginn des Audits gesagt. Und wir haben ihnen erklärt, dass wir eine Rückkehr zur öffentlichen Kontrolle wünschen. In Toulouse hatte der ehemalige Bürgermeister Dominique Baudis, der 1989 die Privatisierung einfädelte, mit dem Eintrittsgeld die lokalen Steuern gesenkt. In Montpellier finanzierte man damit ein Kongresszentrum. In Lille wurde ein Stadion gebaut, andernorts kommunale Schulden bezahlt. In jedem Fall punkten gewählte Stadtvertreter mit dem Eintrittsgeld vor ihren Wählern. Und die Wasserkunden zahlen stets die Rechner. So haben Veolia und Suez viele Bürgermeister Frankreichs geködert. Das Eintrittsgeld ist in Frankreich inzwischen verboten. Unter anderen Namen dient es aber weiterhin auch international als betrügerischer Türöffner. In Deutschland sind die Wasserwerke meist noch kommunal. Veolia hat es aber nach eigenen Angaben bereits geschafft, als Dienstleister oder Konzessionär an der Wasserversorgung von 300 Gemeinden beteiligt zu werden. Braunschweig. Für mich war es das Wichtigste bei unserer Politik, dass wir die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt im Interesse der jungen Menschen sichern. Also diesen riesen Schuldenberg abgebaut haben, unseren Schuldendienst, die Handlungsfähigkeit der Stadt gesichert haben und trotzdem investieren. Der größte Brocken, der auch sehr umstritten war, war der eigentliche Kern unserer Stadtwerke, die Braunschweiger Versorgungs AG, die Gas, Strom, Wasser liefert. Und wir haben eine kleine Wohnungseinrichtung privatisiert, wo wir auch viel mehr Geld bekommen haben als kalkuliert. Wir haben die gesamte Straßenbeleuchtung einschließlich der Ampelanlagen privatisiert, wie etwa bei der Abfallentsorgung, die wir auch privatisiert haben an das Unternehmen Alba. Und dann haben wir in einem noch mal größeren Schritt vor einigen Jahren, das war so fast der Schlusspunkt, auch die Abwasserentsorgung privatisiert. Das hat uns auch noch mal knapp 100 Millionen Euro mehr eingebracht. Wir haben einen höheren Kaufpreis gekriegt, 235 Millionen, glaube ich, und da ging vieles runter. Da haben wir dann Altschulden abgelöst und so weiter und so weiter. Das waren alles Beträge, die zusammen dazu mitläufen haben, diese große Schuldenlast abzubauen. Die Einnahmen, die die Stadt vorgibt zu haben, beruhen letztlich zu 100 Prozent auf einem Kredit, der von der Stadt über die Gebühren der Gebührenzahler Jahr für Jahr bedient werden muss. Die Bank darf 30 Jahre lang jetzt, so ist das hier aus unseren Abwasserverträgen, von den Gebühren einen Teil verlangen für Zinstilgung, auch wenn zum Beispiel Veolia gar nicht mehr da ist und pleite ist. Veolia hat für die Kanäle oder auch für dieses Nutzungsrecht gar nichts bezahlt, hat es kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Kostenlos. Der aufgenommene Kredit ist mittels eines Strohmannes, das ist der Abwasserverband Braunschweig, ein öffentlich-rechtlicher Verband, der unter Kontrolle der Stadt Braunschweig selbst steht, besorgt worden. Die Schulden der Stadt sind ausgelagert worden in andere Gesellschaften und müssen letztlich von den Bürgern und Bürgern zurückgezahlt werden. Wir haben ausgerechnet, dass die Schuldenlast von den 230 Millionen in 30 Jahren dort steigen wird auf rund 500 Millionen, die in 30 Jahren anfällig sind, die dann von den Bürgern aufgebracht werden müssen. Wir sehen jetzt hier ein gutes Beispiel, wie das mit den Neuinvestitionen läuft, seit die Abwasserwirtschaft privatisiert ist. Wenn man sich das Schild ansieht, ist es hier ein Hochleistungsabwasserpumpwerk für 7,6 Millionen. Veolia wendet kein eigenes Geld an, sondern die Stadt ist zur Bank hingegangen und hat unsere Gebühren dafür zusätzlich zu dem Abwasserkredit forfitiert, das heißt gebürgt. Und Veolia aber gilt als Investor, obwohl sie gar nicht für das Geld gerade steht, für den Kredit, sondern nur die Gebührenzahler stehen dafür gerade, läuft das aber als private Investition von Veolia. Veolia schreibt abkaufmännisch, die ganze Geschichte, hat also auch noch die Steuersparnis und verdient sogar noch 25 Prozent der Planungskosten. Summa summarum eine Million zusätzlich verdientes Geld, unabhängig von dem Dienstleistungsvertrag aus der Stadtentbesserung. Alles läuft über Kredite, für alles haftet der Gebührenzahler. Es sind sehr komplizierte Modelle, sonst kommen sie sozusagen auf diese Summen nicht. Viele sagen, das kann doch gar nicht sein, dass Veolia das alles erstattet kriegt. Aber es ist tatsächlich so, Veolia musste für die Übernahme hier in Braunschweig kein eigenes Geld aufnehmen und verdient jetzt zusätzlich nicht nur aus den Betriebsentgelten, sondern kann sich die Geschäftsausstattung auch noch bezahlen lassen. Das sind alles über Kredite der Bank, der Gebührenzahler und die Stadt stehen dafür gerade. Dieses Geschäft kann jeder. Also diese Geschäfte, insbesondere auch bei dem Abwasser, die sind schon kompliziert. Und sie sind so kompliziert, dass sie nicht alle in der Öffentlichkeit verstehen. Und muss ich sagen, nicht mal alle, die auch hier im Rat Fraktionen sind, verstehen es wohl ganz. Das ist ja auch das Schlimme, dass die Ratsleute diese Verträge im Übrigen nie vollständig zu Gesicht bekommen haben. Sie können sich das ansehen. Sie haben allerdings nicht das Recht, sich das abzukopieren. Es ist eine Besonderheit, dass hier uns diese Verträge in der Form der Diskette aus der Verwaltung zugespielt worden ist. Das ist ja auch das Schlimme, dass hier uns die Verträge in der Verwaltung ist. Paris 2009. Nach 25 Jahren Wasserversorgung aus privater Hand bereitet die Stadt Paris die vollständige Rücknahme der Wasserversorgung an Eau de Paris vor. Wir wollen nach und nach die öffentliche Kontrolle über das Wasser in Paris zurückholen. Das heißt, die Kontrolle kehrt ins Rathaus zurück. Wir haben einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, erstellten Studien. Schon 2003, 2004 haben wir die Verträge neu verhandelt, um die Investitionsrücklagen von den Betreibern zurückzubekommen. Die Chefs von Veolia und Suez haben nicht so gut darauf reagiert, wie aus der Presse zu erfahren war. Sie bezeichneten die Rücknahme in öffentlicher Hand als Fehler. Im Nouvelle Observateur heißt es dazu, Proclio, der Veolia-Chef, habe den Bürgermeister von Paris angerufen und wütend geschrien, ohne den Vertrag in Paris bekäme Veolia keine Aufträge im Ausland mehr. Auch Suez lässt das Thema Rekommunalisierung nicht kalt. Ich glaube, dass man nicht immer die öffentliche Verwaltung dem privaten Dienstleister gegenüberstellen sollte. Heutzutage haben wir in Wirklichkeit doch nur Public-Private Partnership. Es wäre gut, wenn sie uns dabei helfen, die Politik der Nachhaltigkeit umzusetzen. Es handelt sich hierbei um eine globale Kulturrevolution. Und da brauchen wir sie. Und nicht eine solche Debatte entschuldigen sie, die im Grunde keinen Sinn macht. Wasser braucht Geld. Wasser ist ein Allgemeingut, eine Daseinsgrundlage. Daher sollte es von der öffentlichen Hand verwaltet werden. Mit der Umstellung auf einen einzigen öffentlichen Wasserversorger in Paris werden wir schätzungsweise pro Jahr mindestens 30 Millionen Euro einsparen können. Ein erheblicher Anteil davon stammt aus der Gewinnspanne der Betreiber. Damit wird das ganze erwirtschaftete Geld wieder komplett in die Wasserversorgung zurückfließen. Es gibt also keine Geldströme mehr, die woanders hinfließen. Das ist ein wichtiger Punkt. Derart können wir den Wasserpreis stabil halten und trotzdem ein hohes Investitions- und Dienstleistungsniveau gewährleisten. Außerdem ermöglicht die öffentliche Wasserverwaltung über die Abschreibungen eine langfristige Vermögensverwaltung. Wir können dann unsere Investitionen so gestalten, wie es den Erfordernissen entspricht, weil sie auf die Lebensdauer der Güter abzielen. Wir sind nicht eingeschränkt durch einen privaten Delegationsvertrag, der auf 5, 10 oder 20 Jahre begrenzt ist. Dieser Brunnen ist über 200 Jahre alt und noch in Funktion. Investitionen in Jahrhundertbauwerke rentieren sich für private Betreiber kaum. Ihr Vertrag ist auf maximal 30 Jahre begrenzt. Investitionen im Wasserbereich zahlen sich aber frühestens nach 30 bis 60 Jahren aus. Private versuchen deshalb möglichst keine Eigenmittel in Kanäle zu investieren. Das rentiert sich nicht. Ein öffentlicher Betrieb hat diese Schranken nicht. Er kann auf Jahrzehnte hin planen und langfristig dafür sorgen, dass die Ressource Wasser sparsam genutzt und optimal geschützt wird. Eine große Herausforderung ist der Gewässerschutz, damit das Wasser nicht so stark aufbereitet werden muss. Denn das kostet sehr viel Geld und ist immer nur eine wiederherstellende Massnahme. Vorsorge ist natürlich sinnvoller. Das Wann-Tal, ein Grundwassergewinnungsgebiet von Paris. Um die Ressource zu schützen, hat Eau de Paris hier zunächst Boden erworben. Ziel ist es, die lokale Landwirtschaft auf Dauer zu verändern, um so einen Einfluss auf die Ressource ausüben zu können. Wir verpachten den Boden praktisch kostenlos an die Bauern, damit sie unsere Auflagen akzeptieren und die Böden so bebauen können, wie wir es möchten. Natürlich hätten wir schon gerne bald einen großflächigen Bioanbau, wo auch eine Verbesserung der Wasserqualität sichtbar wäre. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben viel Geld zu machen. Zurück in Grenoble. Wir befinden uns hier in einem der größten Wasserschutzgebiete Europas, das vor 100 Jahren erworben wurde. Hier wird man sich bewusst, warum die Verantwortlichen an die Zukunft, an die nächsten 10, 100 Jahre denken müssen. Die Schutzzone macht es möglich, Wasser zu fördern, das natürlich und unbehandelt ist. Dieses Brunnenwasser braucht weder mit Chlor noch mit Ozon behandelt zu werden. Es ist natürlich sauber. Es ist besser als die meisten Mineralwasser aus Flaschen. Als ich gewählt worden bin, hatte ich einen Streit mit dem Präfekten, der entschieden dafür war, mit Chlor zu arbeiten. Es ist viel einfacher, mit Chlor zu arbeiten. Dagegen ist es sehr viel schwerer, im gesamten Verteilungsnetz ohne Chlor ein qualitativ hochwertiges, unkontrolliertes Wasser bereitzustellen. Dazu braucht es Einrichtungen entlang der Kanalisation und Angestellte, die sich gewissenhaft darum kümmern. Nur so kann man sicher sein, Wasser in bester Qualität zu bekommen. Zurück in Bordeaux. Suisse Lyonnaise lädt ein zur Wasserverkostung. Der Konzern fördert hier das denkbar reinste Wasser, aus einem Aquifer, einem urzeitlichen Grundwasserspeicher. Und dennoch? Es schmeckt nach Chlor, das ist Leitungswasser, man riecht es. Wenn der Chlorgeruch für Sie zu stark ist, kann man das Wasser etwas stehen lassen. Für uns ist Chlor ein Qualitätsmerkmal. Geklortes Wasser hat den Vorteil, dass Trinkwasser unter allen Umständen gut desinfiziert bleibt. Auch wenn das Rohrsystem nicht perfekt gewartet ist, die Rohre nicht regelmäßig überholt und repariert werden. Das spart Geld und Personal und gilt als Effizienzgewinn. Doch gesund ist das nicht. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Chlorung wegen der Erzeugung schädlicher Reaktionsprodukte eindeutig das Krebsrisiko erhöht. Gefahren für die Wasserqualität lauern allerdings auch in der Knappheit der Ressource Wasser. Ab 2013, 2015 müssen wir 30 Millionen von den 150 Millionen Kubikmetern, die in der Region Gironde verbraucht werden, einsparen, um den Pegel des tiefen Grundwassers zu halten. Um diese 30 Millionen Kubikmeter zu sparen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die Suche nach neuen Ressourcen, das heißt zum Beispiel Wasser aus der Garonne zu pumpen, oder aber Wassersparmaßnahmen. Als zweiter Bürgermeister habe ich darauf bestanden, das Prinzip des geringeren Verbrauchs einzuführen. Die Sparmaßnahmen bestanden zunächst vor allem im Kampf gegen die Wasserverluste durch kaputte Leitungen. Das Resultat ist die Senkung des Wasserverbrauchs der städtischen Einrichtungen um 25 Prozent. In einem Artikel im Dimanche werden bedeutende Wasserverluste in den Wassernetzen angemahnt. Der Wasserverlust ist in den privat betriebenen Netzen sehr viel höher als in den kommunalen. Weolia gibt in Frankreich durchschnittlich nur ein Drittel des von den Wasserkunden finanzierten Budgets für die Roherwartung aus. Kommt es zum Rohrbruch, gilt er schon als Erneuerung und die zahlt der Wasserkunde dann auch extra. Ein Privater hat kein besonderes Interesse daran, Leckagen zu beheben, denn es wird nur der Verbrauch abgerechnet. Warum dann Wassersparmaßnahmen? Am Anfang veranstaltete Sies Kampagnen mit Slogans wie Einmal duschen hat denselben Preis wie eine Briefmarke. Oder Einmal Autowaschen kostet sie ein Ei. Man kann nicht sagen, dass das Wasser im Bordeaux knapp ist. Das wäre so nicht richtig. Aber der Grundwasserpegel leidet unter einer Anzahl von negativen Einflüssen, die durch die Dürre entstehen. Hier kann man vorausschauen und Vorsorge treffen. So ziehen wir Erneuerungstechniken in Betracht wie die der Rückfiltrierung. Suez setzt auf Technik, auf die Förderung zusätzlichen Wassers aus dem Fluss Garonne. Flusswasser, das dann vorgefiltert in die Erde gepresst wird, um damit das Grundwasser anzureichern. Doch das entspricht dann nicht mehr der bisherigen Qualität des Wassers aus dem urzeitlichen Grundwasserspeicher. Denn längst nicht alle Schadstoffe können aus dem Flusswasser herausgefiltert werden. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Rückstände im Garonne-Wasser. So findet man Nachtpflegecreme und auch Kopfschmerzmittel wie Aspirin im Wasser. Pharmazeutische Stoffe und Reinigungsmittel, sowohl Pestizide als auch Düngemittel. Eine ganze Liste unterschiedlicher Stoffe. Das heißt, wenn die Wasserqualität schlecht ist, schlägt sich das auch auf das Trinkwasser nieder. Das ist ein Gedanke, den man in Betracht ziehen muss. Am nordwestlichen Zipfel Frankreichs, der Bretagne, kann Trinkwasser wegen geologischer Gegebenheiten nur aus stark verschmutzten Flüssen gewonnen werden. Wasser, das an der Küste angekommen, überall Berge von Algen wachsen lässt. Dieses Jahr wurden an diesem Strand 20.000 Tonnen Algen eingesammelt. Die Wasserqualität hier ist ekelhaft. Wir haben mehr als 80 Milligramm pro Liter Nitrat im Wasser, das hier an der Steilküste und in den Flüssen zu finden ist. 95 Prozent der Nitrate kommen aus der intensiven Landwirtschaft. Aber wirklich schlimm ist ja, dass sich in diesen faulenden Algen eine Menge chemischer Produkte befinden, die aus der Tiernahrung stammen, wie Beta-Blocker, Penicillin, Antibiotika und Schwermetalle, die die Nahrung der Tiere stabilisieren. All diese Produkte zusammengenommen werden durch ihre Kombination zu einer zerstörerischen chemischen Bombe in unserem Wasser. Konfrontiert mit den wachsenden Problemen von Verschmutzung und Wasserqualität beschäftigt man sich nur mit einer Art Heilung. Und es werden immer komplexere, immer raffiniertere Technologien entwickelt. Hier wird es für Unternehmen wie Veolia und Suez natürlich interessant. Deshalb entwickeln sie unaufhörlich neue Technologien. Die Ultrafiltration, die Nanofiltration, die Umkehrosmose. Doch dies ist eine Flucht nach vorn in die Sackgasse, weil es immer mehr Verschmutzungen geben wird, weil das alles schon heute extrem teuer ist. Es wäre viel wichtiger, diese Verschmutzungen an der Quelle zu reduzieren. Zum Beispiel durch den Schutz der Wasserressourcen oder den Wandel hin zur biologischen Landwirtschaft. Das kommunale Wasserschutzgebiet der bretonischen Gemeinde Pontivy. Exkursion des Umweltnetzwerkes Coherence Est. Coherence ist seit langem überzeugt, dass man, um sauberes Wasser zu erhalten, eine nachhaltige, eine biologische Landwirtschaft unterstützen muss. Nur sie ermöglicht es, die Qualität des Wassers wiederzuerlangen. Das Netz Coherence organisiert seit mehreren Jahren Studienreisen nach Bayern, um Beispiele zu zeigen wie München. Denn da hat man früher als bei uns das Bewusstsein erlangt, dass man die Qualität des Wassers erhalten muss. Die süddeutsche Stadt München. Die Öffentlichkeit und die Politik weiß, warum wir Wasser von höchster Qualität haben. Natürlich hat das mit der Lage, Gunst am Fuße der Alpen zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass unsere Stadtwerke im Wassergewinnungsgebiet den größten ökologischen Landbau fördern, den es überhaupt in ganz Europa gibt. Und das geschieht, weil die öffentliche Hand auch an künftige Generationen denkt und wirklich für Jahrzehnte höchster Wasserqualität Vorsorge trifft. Private hingegen müssen im nächsten Quartalsbericht vernünftige Renditen vorweisen und alles daran ausrichten, die Aktionäre und die Analysten und die Ratingagenturen zufriedenzustellen. Deswegen verteidigen wir den Wassermarkt in öffentlicher Hand. Wenn man die Kurve anschaut von die Drahtwerten. Dann war es über viele Jahre gleichbleibend. Und irgendwann in den 60er Jahren ist der Nitratwert stark gestiegen. Unsere Nitratwerte waren bei einem Wert von 14 Milligramm. Wir haben dann 1992 die damals revolutionäre Idee gehabt, den ökologischen Landbau einzuführen. Wir haben als erstes alle Landwirte angeschrieben, ob sie denn nicht ökologisch Wirtschaft wollen. Und schließlich einen finanziellen Anreiz geschaffen, dass die Umstellung leichter funktioniert. Wir haben heute 110 Landwirte unter Vertrag und haben einen Nitratwert von sieben Milligramm. Das ist eine Familie Grill, Anna und Anton Grill. Ich bereue es überhaupt nicht, dass wir umgestellt haben. Das entspricht eigentlich unserer Lebenseinstellung mehr. Und vom Betrieb her ist es einfacher geworden. Dann kriegen wir natürlich für die Milch mehr und fürs Fleisch mehr. Das ist ja ganz klar. Und wir kriegen halt jetzt zusätzlich die Prämie noch von den Stadtwerken. Wir können unseren Beitrag so lange leisten, solange die Münchner das auch schätzen. Die Wertschätzung der einzelnen Wasserabnehmer, wenn er zurückkommt. Das ist ja so ein gegenseitiges Spiel. Wir in Leut bewirken nichts und der Wasserabnehmer oder der Verbraucher kann auch nichts mehr handeln. Privatisierung ist nur am ersten Tag schön, wenn man einen Verkaufserlös kassieren kann. Aber dann kommt, dass man keinen Einfluss mehr hat, keine Gestaltungsmöglichkeit. Man ist den Investitionsentscheidungen von fernen Konzernzentralen ausgeliefert. Man hat keinen Einfluss auf die Preise, auf die ökologische Qualität. Man hat eigentlich als Gemeinderat abgedankt. Brüssel, die Hauptstadt Belgiens. Hier haben wir ein Beispiel, das hoffentlich ein paar Lektionen erteilt und den öffentlichen Sektor in ganz Europa zum Nachdenken zwingen wird. Ich bin auf jeden Fall dazu bereit, überall zu erklären, dass man sich nicht unbedachterweise in eine Zusammenarbeit stürzen soll, in der man den privaten Partnern so viel Spielraum zuerkennt. In Belgien war die Wasserversorgung bis 2001 zu 100 Prozent kommunal. Dann bekam eine Tochterfirma von Veolia, Aquiris, den Zuschlag für die Abwasserkläranlage Brüssel Nord als Public-Private Partnership, dank ihrer neuen Technik zur Entsorgung des Klärschlammes. Dieses ATOS genannte System soll eine Tonne Klärschlamm auf 50 Kilogramm Sand reduzieren. Ja, wir sind natürlich sehr stolz, so etwas Schönes, so etwas Neues, so etwas Größeres zu haben. Den 11. März 2008 ist das offiziell offen gegangen. Und dann ist ja unser König gekommen. Das war eine wichtige Sache, so eine schöne neue Station zu haben. Sie haben die drei Kollektoren vor der Anlage geschlossen und die Abfässer von mehr als einer Million Einwohnern direkt in die Wasserläufe geleitet, in die Seine und in die Wasserläufe flussabwärts. Aus ökologischer Sicht war dies eine schiere Katastrophe. Das Klärwerk blieb ungefähr zehn Tage lang außer Betrieb, was gewaltig ist. Zehn Tage. Zehn Tage ohne Abwasserreinigung. Natürlich hätten auch technische Probleme bei einer kommunalen Anlage auftreten können. Wir hätten aber auf keinen Fall einen so brutalen Stopp des Klärwerks erlaubt, so wie er sich unter den Privaten vollzogen hat. Und da ist genau der Haken, dass der öffentliche Bereich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde durch den abrupten Betriebsstopp der Kläranlage durch die Privatbetreiber. Die Abwasseranlage war völlig in Ordnung, aber die Verarbeitung des Klärschlammes funktionierte nicht mehr so, wie sie sollte. Den Schlamm haben sie dann mit LKWs weggebracht. Nach Deutschland. Sie hatten schon monatelang Probleme mit diesem System. Ja, und jetzt erzählt man sich, dass sie angeblich die Lösung gefunden haben. Aber diese Lösung würde sehr viel Geld kosten. Deswegen dreht sich jetzt der gesamte Konflikt um die Frage, wer für die Verbesserung der Anlage zahlen wird. Aquiris hat bereits 40 Millionen zusätzlich verlangt. Atos ist ganz und gar im Versuchsstadium. Sie hatten Tests gemacht, aber wirklich nur in kleiner Maßstab in Toulouse. In diesem Artikel werden sehr ernste und detaillierte Vorwürfe gemacht. Es wird behauptet, dass der Ausschreibungstext mitten im Verfahren verändert wurde durch die Aufnahme des Begriffes experimentelle Technik, damit sich Veolia überhaupt bewerben konnte. Ein weiterer Vorwurf besteht darin, dass Veolia viel Druck gemacht hat über den französischen Staat, verschiedene Lobbygruppen und Netzwerke. Sie haben zum Beispiel eine ganze Gruppe von Abgeordneten und hohen Verwaltungsbeamten auf große Yachten in Saint-Tropez eingeladen, direkt vor der Entscheidung der Ausschreibung. Der Mann fragt, na, wie findest du das Wasser? Oh, sehr gut. Der Nachgeschmack von Korruption gibt dem Ganzen eine reine Note. Der regionale Rechnungshof von Provence-Alpes-Côte d'Azur, der die Konten einer Filiale von Veolia kontrolliert hat, fand darin Folgendes. Reisen nach Malta und Sardinien für einen Unterhändler ohne Vertrag 170.000 Fr. Ein Aufenthalt im St. James Club in Paris für einen Abgeordneten aus VAR-Est 5.120 Fr. Honorare für einen Rechtsanwalt aus den Alp-Maritim ohne jede Begründung 270.000 Fr. Zwei Rechnungen einer Treuhandgesellschaft, die gegenwärtig Gegenstand eines Rechtsverfahrens sind, 1.362.929 Fr. Eine Reise und ein Aufenthalt in Kadiv für vier Personen, zwei davon für eine Führungskraft der Gebietskörperschaft von VAR-Est 32.024 Fr. Das sagen die Magistrate des regionalen Rechnungshofes. Das bezahlen wir also mit unseren Wasserrechnungen. Das südfranzösische Montpellier. Hier wurde 1994 der Verantwortliche von Veolia verurteilt, wegen der Zahlung von umgerechnet 1,2 Millionen Euro Bestechungsgeld bei der Privatisierung der Wasserversorgung. Trotz Verurteilung ist Wasser und Abwasser bis heute in der Hand des Konzerns. Und auch in den Universitäten der Stadt spielt Veolia mit Suez eine entscheidende Rolle. Es gibt an der Schule für Wasser und Forstwirtschaft einen Lehrstuhl von Suez, genauso wie es bald an der Universität 2 einen Lehrstuhl von Veolia geben wird. Und das Projekt wird wohl letztendlich durch das Kompetenzzentrum Wasser getragen. Eine starke Verflechtung von Wissenschaft und Wissenschaftsinteressen der Betreiber und anderer. Vielleicht ist es auch nicht so geschickt, dass Monsieur Bouchoux, der Regionaldirektor Süd von Veolia, an der Spitze des Kompetenzzentrums steht. Genauso wie es vielleicht ein wenig ungeschickt ist, den Zusammenschluss der lokalen Wasserwissenschaftsgesellschaften Sveolia zu nennen, als wäre es eine Verschmelzung von Suez und Veolia. So ist es nicht ausgeschlossen, dass sich dieses Forschungszentrum immer mehr, ja auch schließlich, zu einer utilitaristischen Wissenschaft im Dienst der Betreiber entwickelt. Das Tal des Ero. Die wissenschaftlichen Promoter des Kompetenzzentrums und andere Wissenschaftler der Universität Montpellier II erstellten 2005 ein Gutachten, das hier unerschöpfliche Wasserressourcen für die schnell wachsende Metropole Montpellier bescheinigte. Die Pumpstation für die Probebohrungen. Philippe Machetel ist hochrangiger Wissenschaftler und Bürgermeister von Saint-Guillem-le-Desert, der angrenzenden Gemeinde. Voila, wir befinden uns hier vor dem Hauptausgang des Quellaustritts der Saint-Font. Ich werde Ihnen das Geräusch des Wassers zeigen. Hier der Stein. Genau, es gibt ein kleines Geräusch nach einem Fall von etwa 10 Metern. Nach dem Pumpversuch ist das Niveau des Quellwassers 50 Meter unter den Fluss gefallen. Als es zu der katastrophalen Pumpaktion kam, mussten sie nach 10 Tagen aufhören, weil es kein Wasser mehr hat. Man muss wissen, dass sie damit riskiert haben, das einzigartige Biotop des Flusses Ero zu schädigen. Dieses Wasser hat ungefähr 13 Grad Celsius, also es ist sehr, sehr kalt. Während das Wasser des Ero im Sommer 25 bis 30 Grad Celsius haben kann. Ein echtes Problem, denn das Quellwasser kühlt den Ero ab und hat auf dem ganzen Weg hier herunter eine biologische Wirkung. Nimmt man ihm diese Kaltwasserquelle, steigt die Temperatur des Ero und er wird immer kränker. So nahmen die Dinge ihren Lauf in Richtung einer wissenschaftlichen und politischen Absurdität. Es muss erschlossen werden, da steckt viel Geld drin, Wasser ist eine Goldgrube. Denn wenn man in diesem System korrumpiert oder Subventionen, Kredite, Geschenke gibt, dann muss man das Geld großzügig ausstreuen. Und selbst die Umweltorganisationen, selbst diejenigen, die ich hoch schätze, werden großzügig finanziert. Zum Beispiel France Nature Environnement durch Viollia, Propriété oder Aktion gegen den Hunger, das Rote Kreuz, La Solidarité und andere. Selbst in der katholischen Hilfsorganisation Secours Catholique ist der Verantwortliche für Wasserfragen ein ehemaliger Personaldirektor von Viollia. Auf allen Ebenen stehen wir vor einer totalen Mischung der Rollen. Und wenn Politiker eine Wahl verlieren, dann werden diese Leute von Suez oder Viollia angestellt. oder Viollia es um der Général. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie stellen Leute ein, die Einfluss ausüben können auf die Vergabe öffentlicher Aufträge oder auch auf Abgeordnete, die Gesetze verabschieden. Zum Beispiel, indem sie über Änderungsanträge abstimmen lassen, die es ihnen dann ermöglichen, an Bauaufträge heranzukommen. Zum Beispiel bei der Anpassung der Kanalisation an neue Standards. Dinge, die ihnen direkt zugutekommen. Sie schaffen also Angebot und Nachfrage selbst, mithilfe der Abgeordneten und ihrer Lobbyarbeit. Brüssel. Das Parlament der Europäischen Union und der Versuch, das weitverzweigte Netzwerk darzustellen, über das Viollia auf die EU einwirkt. Zur Lobbyarbeit von Viollia Environment in Brüssel im Wassersektor kann man Folgendes bemerken, dass es sehr wichtig ist, ein möglichst weitverzweigtes Lobbynetz zu haben, um effizient zu sein. Genauso wichtig ist es, dass ein und dieselbe Botschaft in möglichst viele Kanäle geleitet wird. So kann man Thinktanks für Debatten organisieren, man kann verschiedene Business-Lobbys nutzen oder auf Wasser spezialisierte Lobbygruppen, sowie globale Organisationen wie das Weltwasserforum und so weiter. Beispielsweise dominiert Viollia eine Gruppe, die sehr eng die EU-Kommission berät bei der Auswahl von Forschungsprojekten, die dann von der EU finanziell unterstützt werden. Sie sind die Hauptsponsoren der Plattform Abwasser und Technologie. So beeinflusst Viollia die EU-Kommission bei der Entscheidung der Forschungsprojekte, die sie später selber beantragen werden. Sie bekommen von der EU-Kommission Projekte gefördert, die sie selbst vorgeschlagen haben. In Europa sind die Privatisierungswellen ja nie durch einen großen öffentlichen Diskurs eingeleitet worden, sondern immer durch eine plötzliche Gerichtsentscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der irgendeine Marktöffnung erzwungen hat oder eine Vorlage der Europäischen Kommission. Und deswegen sage ich, Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde. Die Konzerne, die sich diesen Geschäftsbereich unter den Nagel reißen wollen, gibt es nach wie vor und sie rütteln ständig wieder am Tor des Marktzugangs. In der Erklärung vom 19. Mai 2009 eröffnet der Sprecher der EU-Kommission, Wasser sei eine Ware wie alles andere auch. Damit wurde die Absicht der EU-Kommission bekräftigt, mit der Ausschreibungspflicht der öffentlichen Versorger diesen Markt für Privat zu öffnen. Es ist das System, das heute eine wahre Wirtschaftsdiktatur ist. Und das Wasser ist die Geisel dieser Wirtschaftsdiktatur. Istanbul in der Türkei. 2009 findet hier die weltweit größte Lobbyveranstaltung zum Thema Wasser statt, das Weltwasserforum. Ins Leben gerufen vom Weltwasserrat, einem selbsternannten Organ der großen Wasserkonzerne Veolia und Suez, der Weltbank und einiger Helfer. Mit der Anmaßung einer globalen Organisation des Wassers versammeln sich unter dem Dach der Privaten Minister, Staatslenker, UN-Vertreter und das große Business des Wassers. Das Problem ist, ob wir in 20 Jahren noch genug Wasser haben werden, dass jeder Zugang dazu hat. Und wie machen wir es, dass jeder Zugang zu Wasser hat? Dies ist die Problematik, die während dieses Forums diskutiert wird. Denn es ist die Würde der Männer und Frauen, Wasser haben zu können. 1997 kamen sie zusammen und etablierten dieses Weltwasserforum alle drei Jahre. Anfangs dachten wir alle auch, das könnte eine gute Möglichkeit sein, über die Weltkrise zu sprechen. Aber es wurde sehr schnell klar, dass dieses Forum für die Wasserkonzerne vor allem eine große Verkaufsshow ist. Damit verschaffen sie sich eine Art Legitimität, indem sie sagen, wir haben die Antworten auf die Weltwasserkrise. So ein Forum mit tausenden von Menschen macht den Eindruck, als wäre die ganze Welt da. Und alle seien ihrer Meinung. Genau das beabsichtigen sie. Aber das ist eine Lüge. Es ist nur ein riesiges Kartenhaus. Sie haben sich selbst gewählt. Diese Wasserlords haben sich selbst eingesetzt. Ich bin der Chef und du bist der Vize-Chef. Das ist doch sicher demokratisch. Nein, das ist es nicht. Das Weltwasserforum bietet den Konzernen nicht nur einmalige Geschäftsverbindungen in alle Welt. Es sichert ihnen auch wie von selbst wichtigen Einfluss auf alle wasserrelevanten Gremien der Vereinten Nationen und stets mit der Botschaft Public-Private Partnership. Deolia trat an das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen heran und bot an, Richtlinien zu entwickeln, die man Wasserdienstleistungen in der ganzen Welt verbreiten kann. Aber der eigentliche Grund war, PPPs voranzutreiben. Diesen Richtlinien folgen jetzt UNITAR und UN-Habitat und setzen sie überall um. Natürlich ist das Privatisierung. Veolia und Suez sagen, aber nein, das machen wir überhaupt nicht mehr. Wir machen Public-Private Partnerships. Das heißt, die Kommune behält die Kontrolle, sie delegiert den Dienst nur an uns und das ist sehr effektiv. Aber das ist Quatsch. Es ist genau dieselbe Sache. Ein privater Betreiber, der auf Profitbasis arbeitet, ist dasselbe, als sei er der Besitzer. Der öffentliche Sektor unterschreibt den Vertrag und gibt alles dem Konzern. Das ist selbstverständlich Privatisierung. Es läuft wie eine Ente, spricht wie eine Ente, watschelt wie eine Ente. Es ist eine Ente. Maud Barlow ist Teilnehmerin des alternativen Gegenforums, zu dem zahlreiche Betroffene und Kritiker der Privatisierung des Wassers aus aller Welt angereist sind. 1999 hat Veolia, damals noch Vivendi, die Wasserversorgung in Nairobi übernommen. Und die Stadtverwaltung von Nairobi garantierte ihnen einen Gewinn von 15%. Deshalb sollte der Preis des Wassers jedes Jahr um 40% steigen. Weil das Wasser so teuer wurde, hatten bald viele Menschen kein Wasser mehr. Es wurde abgestellt. Aber dann schlugen sie der Stadt vor, 3.500 einheimische Arbeiter in der Wasserversorgung zu entlassen und dafür 45 Experten aus Frankreich einzustellen. Diese kleine Gruppe sollte die Stadtverwaltung allerdings mehr kosten als die 3.500 Kenianer. Der Erfolg des Weltwasservorums stört die, die nichts mehr zu sagen wissen. Wir werden weitermachen. Wir werden so weitermachen, wie wir es seit Jahren machen und für die kämpfen, die keinen Zugang zum Wasser haben. Veolia und Suez kamen in die USA und sagten, die Privatisierung ist das Modell der Zukunft. Und sie wandten sich damit ganz aggressiv an die Großstädte. Sie feuerten erst mal die Hälfte der Belegschaft. Daher kommt die sogenannte wirtschaftliche Effizienz, die sie sich anstecken. Die Preise schossen gewöhnlich ums Doppelte in die Höhe. Suez verlangte gleich die Erhöhung des Wasserpreises um 700 Prozent im Vergleich zum Öffentlichen. So ein privates Unternehmen investiert auch nicht in unrentable Regionen. Daraufhin haben sich alle politischen Kräfte, die Kirche, die Intellektuellen und schließlich auch die Armee unserer Forderung nach einer Volksabstimmung angeschlossen, das Wasser als Menschenrecht in die Verfassung aufzunehmen. Das Plebisid wurde mit 64,7 Prozent angenommen. Und im September 2006 verließ Suez dann endlich das Land. Sie mussten dann auch Bolivien verlassen und danach auch Argentinien. Buenos Aires, Atlanta, Cochabamba, Johannesburg, Stockton, Felten sind nur die berühmtesten Beispiele für den Kampf um eine erfolgreiche Rekommunalisierung. Die Rücknahme der Wasserversorgung in kommunale Hand entwickelt sich zu einem weltweiten Trend. Zum Beispiel Italien. Ein landesweites Volksbegehren, das die von Regierungchef Berlusconi beabsichtigt die Privatisierung der Wasserversorgung verhindern soll. Oder Deutschland. Dort, wo man bereits Erfahrung mit Privatisierung hat, ist die Rekommunalisierung des Wassers der Trend. Wie zum Beispiel in Stuttgart. Hier hat der Stadtrat nach einem Bürgerbegehren mit großer Mehrheit beschlossen, die vom Veolia-Anteilseigner EDF betriebene Wasserversorgung zu rekommunalisieren. In der Hauptstadt Berlin ebenfalls ein Volksbegehren. Hier hatten Veolia und RWE mit Geheimverträgen die Geschäftsführung der Wasserwerke übernommen. Das Volksbegehren soll die Offenlegung dieser Verträge erzwingen. Und darum, wenn Sie also hier schon mal mit unterschreiben möchten, ich gebe Ihnen gerne so ein oder zwei Listen mit. Im Heimatland der Konzerne Veolia und Suez rollt aber die eindrucksvollste Rekommunalisierungswelle. Zurück in Paris 2010. Voila, jetzt haben wir die kommunale Verwaltung des Wassers in Paris. Nachdem wir 25 Jahre lang Veolia und Suez den Vertrieb des Wassers in Paris anvertraut hatten. Alle Aufgaben der Wasserversorgung sind nun wieder in öffentlicher Hand. Das ist für die Wasserversorgung eine historische Entscheidung. In zwei Drittel der französischen Städte laufen gegenwärtig die Verträge mit den privaten Betreibern Suez und Veolia aus. Hier ist die Chance für eine Rückkehr zur öffentlichen Verwaltung. Dem Paris werden demnächst viele andere Städte diese nutzen. Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Brest und Marseille. Und jetzt auch noch Lille. Wir haben genug von den ewigen Presssteigerungen. Wir haben genug von der Korruption, die den privaten Wassermarkt dominiert. Wir haben genug von der Intransparenz der Wasserpolitik. Die Rückkehr zur öffentlichen Verwaltung ist jetzt möglich. Gleich nimmt eine Dokumentation einen legendären Jagdflieger aus dem Ersten Weltkrieg ins Visier. Manfred Albrecht, Freiherr von Richthofen, genannt der Rote Baron. räghe G 평범 von Richthofen, von Richthofen, von Richthofen, von Richthofen, von Richthofen und der Rote Baron. Sie können von! Untertitelung. BR 2018